Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, heute mal auf meinem Desktop zu einem etwas anderen Video. Und zwar wollen wir gerne mit euch zusammen ein richtig nices Event auf der Eventmap machen, bei dem ihr auch was gewinnen könnt. Dazu brauchen wir natürlich ein paar Teams. Und zwar könnt ihr euch Spieler suchen, zum Beispiel auf unserem Discord-Server, wenn ihr nicht schon ein paar Mitspieler habt. Hier in dem neuen Turnier-Channel, in dem findet ihr auch nochmal alle Infos. Wir brauchen am besten im Optimalfall 8 Teams mit je 3 Mitspielern. Daraus werden dann 2 Runden entstehen und die besten 2 Teams kommen dann nochmal ins Finale. Wichtig ist, wenn es sich nicht mehr wie 4 Teams ergeben, wird das Turnier auch nicht stattfinden. Aber ihr wollt natürlich auch wissen, wann ist dieser ganze Spaß. Das Turnier soll am 1.4. ab 18 Uhr starten und die Bewerbungsphase geht bis zum 31.3. um 24 Uhr. Bis dahin könnt ihr euer Team gerne eintragen. Dazu haben wir für euch ein kleines Formular entwickelt. Da könnt ihr einmal den Link nutzen. Und dann kommt ihr hier auf dieser Website raus. Dazu müsst ihr einmal hier eure E-Mail eintragen. Zum Beispiel hier jetzt schweberjungs.email.com Dann einmal euer Geburtsdatum von dem, der das ausfüllt. Keine Ahnung, wir sind jetzt hier 25.3. Ist egal. Dann euer Bundesland. Ob ihr ein stabiles Internet und vor allem auch gutes Mikrofon. Denn ihr sollt während dem Event, das ist auch ganz wichtig, auf Discord sein. Damit wir euch auch ab und zu mal zuhören können. Und ein bisschen hören, wie es bei euch abgeht. Für das Event ist jetzt nicht so wichtig, warum wir euch wählen sollten. Deswegen macht ihr hier einfach so einen Strich rein oder irgendwas. Und dann müsst ihr ganz wichtig hier unten Turnier auswählen. Denn erst da kommt ihr auf die richtige Seite. Hier sind nochmal wichtige Infos, wie zum Beispiel Pro Team brauchen wir drei Mitglieder und ihr müsst Discord haben. Dann solltet ihr hier euren Teamnamen eingeben. Zum Beispiel das Schieberteam. Was jetzt nicht so sinnvoll wäre. Denn Schieber, also wir bilden diesmal selbst kein Team. Aber Schieber sind ja schlussendlich wir. Dann solltet ihr auf jeden Fall hier alle Namen eintragen von eurem Team. Zum Beispiel Ben. Und dann sein Discordnamen. Zum Beispiel so. Dann Gustav, keine Ahnung. 07 und natürlich da. So irgendwas. Und natürlich auch euren eigenen Namen, der wäre auch ganz wichtig. Zum Beispiel Torben. Geist auf Discord. Der Allerechte. Wichtig ist euren originalen Discord-Hashtag. Und ihr solltet natürlich Discord haben. Daraufhin müsst ihr einfach nur noch auf Senden drücken. Und schon kommt das Formular bei uns an. Falls sich nochmal was ändern sollte, könnt ihr das Formular im Nachhinein auch nochmal bearbeiten. Und eure Antworten nochmal abändern. Genau. Falls ihr natürlich noch Fragen oder so haben solltet, dann könnt ihr ganz einfach auf unseren Discord-Server gehen. Hier in den wunderschönen Ticket-Support. Und dann könnt ihr hier seit neuestem jetzt wieder Tickets erstellen. Dann können wir euch bei Problemfragen oder ähnlichen dann weiterhelfen. Genau. Soweit war es das von uns. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, meldet euch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns entweder in der nächsten Folge wieder oder dann beim Event. Ciao Leute.